Zwei rahmenlose Türen, vier Sitzplätze, 80 kW Peak-Leistung, 18 Zoll Felgen, eine innerstädtische Reichweite von bis zu 240 Kilometer, ein 23 Zoll großes Widescreen-Cockpit, Apple CarPlay & Co., eine 11 kW AC-Lademöglichkeit und das zu Preisen ab 24.990 Euro, inklusive Umweltbonus des Herstellers, abzüglich Förderung vom Staat. Sprich, hier gehen noch einmal 6.000 Euro runter. Das ist der Ego E-Wave X und wir wollen euch kein X für ein U vormachen. Deswegen habt ihr nun hier die vermutlich wichtigsten Fakten zu diesem kleinen City-Flitzer. Damit hallo und herzlich willkommen auf Electric Drive, eurem YouTube-Kanal zum gleichnamigen Printmagazin und wir haben hier endlich das Fahrzeug, was eigentlich jeder Elektromobilist haben möchte. Kompakt, bezahlbar und technisch voll auf der Höhe, wenn auch nicht in allen Punkten. Vieles ist noch nicht durchgesickert. Was aber klar ist, neben der robusten Kunststoffaußenhaut bekommt dieser City-Flitzer zum Beispiel LED-Scheinwerfer. Neben der Rückfahrkamera ziehen auch Parksensoren ein. In diesem City-Flitzer, der nun mehr Leistung bietet als der Ego Live, wird nicht nur die komplette Klaviatur der Vernetzungsmöglichkeiten gespielt, nein, es zieht auch alles ein, was man in modernen Autos sucht. Von der induktiven Ladeschale bis zum modernen Drei-Speichen-Lenkrad. Der Ladeanschluss befindet sich vorne links im Bereich des Kotflügels. Die Radläufe wurden bei diesem Crossover-Modell verbreitert und er wirkt auf den ersten Blick als richtig gutes Stadtauto. Für alle, die über eine Wallbox zu Hause verfügen, denn eine Schnelllademöglichkeit bekommt das Elektroauto aus Aachen nicht. Dafür aber den 11 kW Onboard Charger, der sich auch an öffentlichen AC-Ladesäulen bezahlt machen dürfte. Der Ego Live verfügt nur über eine Peak-Ladeleistung von 3,7 kW und wird dann eher zum Ladesäulenblockierer. Innerstädtisch und auch auf der Landstraße kann man sich blicken lassen und wir rechnen mit einer Höchstgeschwindigkeit von über 120 kmh. Somit darf man mit diesem Elektroflitzer auch auf die Autobahn. Somit eine günstige Alternative für tägliche Pendler, sofern die Reichweite ausreicht und man gegebenenfalls am Zielort nachladen kann. Drei Fahrmodi wird es geben, Eco, Komfort und Sport. Der Ego E-Wave X soll über DAB plus Radioempfang verfügen, dazu über Sitzheizung für den Fahrer und Beifahrer, sowie über eine elektronische Parkbremse, die sich auf die hinteren Bremsen auswirken dürfte. Der Fensterelber an der Fahrerseite verfügt über eine Absenkautomatik. Wir gehen davon aus, dass es keinen Einklemmschutz für das Beifahrerfenster geben wird. Über einen fast schon klassischen Gangwahlhebel in der Mittelkonsole werden die Fahrstufen eingelegt. Dort kann das Fahrzeug auch in den Sportmodus versetzt werden. Ein Getränkehalter vor der Mittelkonsole rundet das Angebot ab. Positiv? Auch wenn alle anderen Hersteller uns immer wieder erklären und weismachen wollen, dass Touch die Zukunft ist, gibt es im Ego E-Wave X auch weiterhin ein Drehrad für die Lautstärke, sowie haptische Tasten für die wichtigsten Funktionen. Somit präsentiert sich der Innenraum aufgeräumt und funktional. Gespannt sind wir auf die Dachlast, denn der Ego E-Wave X verfügt über eine Dachreling. Hinter der großen Glasheckklappe inklusive Heckscheibenwischer befindet sich auch weiterhin eine hohe Ladekante. Während die beiden hinteren Sitze nicht verwendet, dürfte auch hier ein Stauraum von bis zu 640 Liter zur Verfügung stehen. Wir erwarten ein Fahrzeug, welches kürzer ist als 3,45 Meter und was das Live-Modell nicht nur in Sachen Design und Innenraum, sondern auch bei den technischen Daten übertrumpfen dürfte. Homologisiert ist der Ego E-Wave X allerdings derzeit noch nicht. Uns fehlen offizielle Leistungs- und Verbrauchswerte, sowie weitere technischen Angaben zum Akku, zur Motorisierung, zu den Abmessungen und zum Kofferraum. Ausgeliefert werden soll er ab Ende 2022. Jetzt kann vorbestellt werden. Wir bleiben am Ball, denn dieses Modell finden wir durchaus spannend. Und mit seinen kompakten Abmessungen könnte er nun das werden, was der Marke Smart leider nicht mehr gelingen wird. Ein urbanes, bezahlbares Elektrofahrzeug mit viel Luxus und im Gegensatz zu Rocks E&Co mit der Erlaubnis, die Schnellstraßen und die Autobahnen zu befahren. Was meint ihr zum Ego E-Wave X? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, lasst uns gerne gemeinsam diskutieren. Und wir freuen uns natürlich über ein Like und vor allem auch über ein Abo. Bis zum nächsten Video. Liebe Grüße aus der Electric Drive Redaktion. Bis zum nächsten Video.